Wir sind nicht mal richtig ausgestiegen, schon hat uns der erste Fan begrüßt. Ja man, die Bubble, die ist am Start, man. Das ist korrekt. Echt krass, man. Ich glaub wir sind echt im selben Hostel wie wir, oder? Weiß nicht, hier ist Brandunfall. Hier gibt's vieles wahrscheinlich. Wir sind traurig, man. Wir sind traurig, wir sind traurig. Das ist fertig, Nico. Dass sich keiner wieder erkannt hat, Nico. Mit deinen wenigen Views. Ich dachte, das wäre komisch. Nee, man. Die Bedingung ist frei, man. Leider nicht. Die Bedingung ist frei. Fahr nach Hause, Mann. Fahr, Alter. Komm mit, Alter. Oh mein Gott, Nico, leid dich doch nicht, Mann. Ich komm mit morgen in das AfD und dann Montag FFB, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich schwör, der Sprung hat echt gesessen jetzt, Mann. Das wär echt anders gewesen, Mann. Was ist dieser Drache, den Nico braucht? Dieser Drache? Ja, dieser XYZ-Panel. Ja, dieser Odd-Eyes-Panel. Rebellion. Ja, Rebellion. Komm mal fragen. Ja, komm mal. Hey, mein Freund. Hey, ich hab's. Hast du Karten? Komm klar. Kann ich noch hin? Oh, da ist Rebellion, Dragon. Apex-Avion. Oh, nicht. Was ist das eigentlich? Das da? Das ist für unseren Channel. Für unseren Channel. Ist das iPro? Ah, GoPro. Ja, ja, ja. Ah, okay. Alles noch. Nee, sorry. Okay, danke. Viel Spaß noch. Viel Glück dir noch. Ja, klar. Ja. Nico, den ersten, den wir gefuckt haben, hat er leider deine Karten nicht heute. Das ist Zweifel. Ich such weiter. Das Zweifel ist ja nicht gut. Aber echt cool, Mann. Zeig mal Berlin, Mann. Schon viele Stationen. Ja, wie in München halt. Vielleicht sogar mehr. Doppelt so viel, Mann. Kommt drauf an, was es ist. Schau, das ist nur S und U-Bahn, Mann. Wie bei uns halt. Ich würde sagen, doppelt so viel. Das ist riesig, Mann. Aber da siehst du schon mal. Schau mal, hier fährst du ein Ding. Hättest das Endshow gemacht, Mann. Ja, das ist so der Zentrum hier, Mann. Gibt's wahrscheinlich ein paar Dinger, die hier komplett die Dinger fahren. Ja, ständig die durchfahren, ja. Und dann hast du hier, so wie bei uns die Stammstrecke. Ja, ist das wahrscheinlich hier die Stammstrecke, oder? Ja, Mann. Schon geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Nico, hast du eh gut gemacht, oder? Ich bin stolz auf den Dinger fahren. Ja, Mann. 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 Oh mein Gott, sind wir gar nicht in Berlin? Ja, Mann. Wir sind in Berlin. Ja, Mann. Oh mein Gott, sind wir gar nicht in Berlin. Auf geht's. Aber 2 Stunden sind wir sowieso nicht mit Rad hier. Ja, du musst dich auslagen, sonst geht's automatisch. Ja, musst du auslagen, ja. Ja, ja. Ja, dann lag dich auch dann. aber bis jetzt echt cool man ist echt nicht so schlecht also ich dachte ich hab posten von außen sieht es halt richtig schäbig ja du sagst halt so wie gefängnis oder also ich sag ja fünf minuten gebucht man fragt man echt für gefängnis das war doch gar nicht schlecht man fragt man geschwächt das war echt geschwächt man sie übertreibt man es ja nicht schlimm wir haben den teil immer mann oder gemeinschaftsteil war auch nicht mal nicht mal geil nicht mal geile mann gemeinschaftsküche ist jetzt mal platz oder ok wir können das hinten ich habe auch nicht sechs ich glaube was ich habe nicht da hinten weg ist man fängt ja jetzt erstmal alles weg hier ist er weg auch immer an den karten ey wie geht das immer nur so nach ja wir gehen hier unten im foyer bisschen testen hat er hat noch gar nicht deck gebaut schon hat einen neuen satella freund gefunden schüler und meister er gibt sein wissen weiter er gibt sein wissen weiter was soll das die nächste generation der satella spieler wird gefördert er kann nicht angreifen er hat nicht mehr viel leben er hat nicht mehr viel leben er hat nur 200 er hat nur 200 schüler gemacht nein er hat auf zukuyomi also er hat erstmal effekt von deneb eine handkarte geholt dann zukuyomi hat die handkarte wieder abgeschmissen dann zwei gezogen und dann mit der anderen zwei hat er auf kastell gemacht und hat ihm dann eine scale rein bestätten sehr gut schauen wir mal ob das gut war oder nicht sehr gut ich laber nicht nur weil es von dir kam das geht mit deinem deck schwer es läuft glaube ich 2 ich glaube ich habe echt ich habe ein gutes Gefühl ich brauche ein bisschen ich muss irgendwie speed rein denken ich weiß nicht was aloha habe ich schon upstart upstart vielleicht ich habe überlegt auch die terraforming terraforming muss man vielleicht 2 stück oder so 3 terraforming 1 sky iris sky iris wo soll ich damit machen ja dann zwölf das ist das Ding oder ist fusion oder oder ist dragon oder kommt echt aber auch krasse Idee oder ist dragon und dann kannst du den in phase searchen für archery dexcentric oder vector lector ich höre es echt gut glaubbar so habe ich lange nie mehr gesehen soll ich 2 oder 3 Sliprider spielen 3 3 3 muss man und dann kann man wieder im kommen pendel zuort man stroman in dem bild ich weiß nicht was das für ein bild ist man ich glaube 3 von 3 oder ich glaube schon ich spiele mit Dingmann das Dingmann ich spiele doch eh nicht mit Ding da kann der turbo man mach dir nicht zurück oder wenn ich ihn und ihn vanische kann ich mir ihn wiederholen dieses stroman turbo man ich glaube von 3 drei muss man was eigentlich mit deiner Engine passiert man mit welcher Armageddon Knight Reinforcement Zifigo die ist doch uralt man die ist von Köln man ja eben die ist von Köln manchmal muss man alte Sachen wieder auspacken ja mach ich ja läuft die Engine nicht mehr nein keine Ziele für Ding man welche Ziele denn für für Instant Fusion nur auf 5 vielleicht gehen da mit mit Ding Panzerdrache oder auf 4 ich spiele keine 4er keine 4er mehr gar keine Zeiten haben sich geändert man ich weiß gar nicht mehr was abgeht man ich spiele auch keine 4er mehr nein oh mein Gott 4er sind tot ich habe überlegt sogar was meinst du man in dem Bild Farmgirl auf 2 oder auf 1 und Sword Trooper ich habe keine Ahnung man als ich gespielt habe das war ein Gefühl hat man noch 2 4er gespielt man ich weiß nicht mehr was hier passiert dein Gefühl man sag mir dein Gefühl man ich will sogar haupt nicht mehr spielen haupt kriegst du nie raus ich bin ich gar nicht sag 3 Turins ist der oder ja man ja dann auch mehr mehr Sword Troopers ja dann aber nur einen Farmgirl oder zwei ich weiß nicht wie viele man noch braucht ich habe es mit einem getestet ich habe es mit einem getestet aber meine reicht ja ich will Farmgirl auch nicht ziehen eigentlich Sword Trooper will ich schon gerne ziehen ja dann dann muss man halt das Spiel was besseres Panikbau Deckbau Tati hat sich Last Minute umentschieden so Last Minute man 12 ist mir morgen gewesen ne ne jetzt Last Minute man go schau doch mal erstmal alle Karten zusammen kriegen Hilfe ist ok? ist ok? Cosmo Demise ne Wieso gefällt es dir ursprünglich nicht? nur ihm Ich bin ein Fan von von Dark Planet man einfach ich finde ihn einfach krass er hat krassen Effekt der Spiel man vertraue deinem Gefühl ja aber ich den kriegt man nicht immer raus und ist halt das Problem also ja Ja, das wird doch nicht so krass wie der Burger, Mann. Es ist halt schneller. Doch nicht so krass wie der Burger. Oh mein Gott. Wie ihr seht, ich werde immer nur fertig gemacht von allen, aber egal. Ich lasse es auf mich ergehen, Mann. Ich halte es hier aus, Mann. Wenn ich schaue, spielst du eine. Infinity! Infinity! Infinity ist zu heftig, Mann. Schau, jetzt hast du einen toten Saucer immer noch da liegen. Ja, tot, Mann. Alles von Runde 1, Mann. Endbase, Dings, Mann. Tink, Mann. Wo, Alter? So, nur spielst du nicht, gell? Boah, da hat jemand Pots für mich. Ja, ich hab selber Glück. Kopf auf einmal, was du spielst. Kosmospieler, wir sprechen auch ihre Strategie. Nico ist bereit. Ich geh ins Matrix, mir ist scheißegal, Mann. TBT Tag und Nacht, Mann. TBT Tag und Nacht, Mann. Folge Nummer 1. Oh mein Gott. Okay, Mann. Wir haben alles gebrochen, Mann. Ich finde es halt schon echt gut. Es passt schon. Ich finde es auch gut. Okay. Deck ist schon okay, Mann. Wir können ja noch danach, wenn wir wieder zurück sind, noch ein bisschen was machen. Wir müssen ja nicht sofort schlafen. Tati, ich spiel dir ein bisschen besser, wenn er müde ist. Ja, Mann. Da spiel ich echt. Ich bin dann wie Ding, Mann. Ich bin einer der krassesten Spiele überhaupt da, wenn ich nicht schlafe. Trunken Modus. Ja, Mann. Ich bin wie, ich bin im Skipping Modus. Geht's dir nochmal hoch, oder geht's dir gleich mit? Nein, ich geh nochmal hoch. Oder ich nehm mich schon mal in eine fette Tasche mit. Dann geh ich schon so mit. Kommst du auch mit? Gehst du rein? Mein Gott. Gehst du rein? Gehst du rein? Geht schon, Mann. Lauga was da los? Directors Cut. Directors Cut. Ich geh nicht rein, aber wenn ein Club Geil ausschaut, geh ich rein. Du kennst sie doch von der Serie, Mann. Ich kenn das über diese eine Halle, wo die immer sind. Kennst du die Halle? Welche Halle? Ja, Mann. Wo die Tänzerinnen immer oben sind und so. Diese hässliche Halle. Ich hab mein Deck fertig. Ich muss nur noch zwei Karten besorgen, Mann. Du bist doch fest. Du bist, Mann. Ist schon gut. Ich will jetzt schon lustig sein, Mann. Ich will schon Spaß sein, Mann. Schau, was du hoffst, oder? Nein, bisschen Spaß, bisschen dies, aber nur so zwei Stunden oder so und dann nach Hause, nicht zu viel, weil sonst... Was für zwei Stunden, Mann? Was? Nicht zu viel, Mann. Aber ich hab schon gesehen, ich hab angesteckt, Mann. Schau, was du direkt angesteckt, Mann. Was hab ich? Tribe-Infecting-Virus, Mann. Zertrifizierte Post. Zertrifizierte Post, Mann. Hey Jungs, hier meine Mathe für morgen, Mann. Ich spiel ohne Mathe, Mann. Zum ersten Mal... Bist du ohne Mathe, Mann? Du hast eine... Mathe-Megant-Matte, Mann. Eigentlich müsste ich deine Deckbox auch noch nehmen. Ich glaub, ich spiel nur Top 64 mit Mathe. Ich auch, Mann. Morgen ohne. Alles klar. Ich mach echt, Mann. Ich glaub, wir holen dir morgen auch, dass wir das gleiche Mathe sind. Wie eifrig ihr seid. Okay, Mann. Aus geht's. Ab ins Matrix, Berlin Tag und Nacht. TBT Tag und Nacht, Mann. TBT Tag und Nacht, Jungs. Nico ist bereit. Schauen wir mal, wie wir so von den Schauspielern treffen, Mann. Die Torschen-Autogramme aus. Gegen TBT-Autogramme. Läuft, Mann. Ernstvoll, Leute. Torschen-Autogramme, Mann. Oh mein Gott, Tati. Oh mein Gott, toll, Dicker, Mann. Oh mein Gott, tot, Alter. Oh mein Gott, tot, Alter. Oh mein Gott, tot. Alles tot, Mann. Alles tot, Mann. Oh mein Gott. Ja, das war schon das Beste, oder? Es ist drei Uhr in der Nacht, wir sind immer noch unterwegs. Wir wurden jetzt zurückgeordert. Also die Jungs waren im Matrix, dann sind wir jetzt hier zurückgegangen, waren schon aber gerade zum Schlafen, aber die Jungs haben uns wieder rausgelockt. Hallo auf Darkness. Ja Mann, hallo auf Berlin, Verlockung von Berlin, Berlin ist schon geil, echt geil, ganz anders als München. Ja Mann, alles ist noch wach, alles ist noch unterwegs, nur Baris schläft einfach so. Okay, jetzt geht das echt mal. Komm jetzt hier raus, wir müssen uns mal vorhalten. Jetzt mal wieder irgendwie die Karte vorhalten, wenn wir rauskommen, oder? Schau mal, was passiert da? Wir sind für alles offen. Was? Ja normal, Abschluss des Tages, Jungs. Tag 2. Tag 2. Tag 2. Tag 2. Es ist halb 5, wir sind nach Hause gekommen endlich. Chong ist tot, man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er denkt, er ist schon in Tag 2 gelangt. Ich bin echt traurig. Niko mental schon aufgegeben. Ich dropp man. Er droppt bevor es überhaupt anfängt. Ich habe nur noch Hoffnung in Tati und Baris. Aber wir werden es sehen. Nächste Folge. Nächster Tag. Das war es für heute. Echt verrückter Tag. Servus Jungs. Hier euer dreifache Familie Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns, kommentiert es Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt es an unsere Facebook-Seite, liked es die, schaut es auch bei unseren Sponsoren vorbei. Die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen Jungs, Yu-Gi-Oh! ist Serious Business.